Na ja, ich glaube, mit Wien gibt es immer schon eine gewisse Faszination. Es gibt auch, das habe ich gelernt, als ich hierhergezogen bin, einfach diese Achse Wien-Berlin. Irrsinnig viele Berliner ziehen nach Wien. Irrsinnig viele Wiener wollen unbedingt nach Berlin. Paris ist Thema irgendwie durch. Da haben schon so viele französische, überhaupt viele Liebesfilme gedreht. Und es ist eine romantische Stadt auch, denke ich. Also es wird viele Leute, also nicht umsonst, fahren sehr viele Leute und sehr viele Paare auch nach Wien oder genießen das dann dort zu sein und einfach diese Schönheit auf sich wirken zu lassen. Also ich habe wirklich darüber nachgedacht, dieses für ein Jahr, sage ich, fahren in eine andere Stadt und ich, also ich glaube, das würde ich nicht aushalten, das würde ich nicht schaffen, weil ich mich wahrscheinlich die ganze Zeit fragen würde, war das gerade richtig? War das gerade? Also ich bin glaube ich ein Mensch, der schon sehr auf Zeichen schaut im Leben und mir für mich wären dann so Sachen wie nach dem dritten Tag kommt der oder diejenige nicht, wäre ein Zeichen von okay. Das war vielleicht auch einfach eine blöde Idee. Ich weiß nicht, ob ich jetzt der größte Romantiker bin, aber wenn ich meine Leute gefunden habe und das heißt jetzt nicht nur in Liebesbeziehungen, sondern auch Freunde, Familie, wenn ich, wenn ich die in mein Herz geschlossen habe und ziehe mich auch, dann gehe ich bis zum Ende der Welt und wieder zurück. Also dann mache ich alles. Dann mache ich alles und weil das ist das wichtigste letzten Endes für mich in meinem Leben. In dem Alter von Karl hätte ich auch sein können, der sich da hinsetzt und denkt, ja okay, ich probiere das jetzt mal aus und warte auf sie oder auf ihn dann in dem Fall und da hätte das auf jeden Fall auch gemacht. Ich wüsste nicht, ob ich so lange wie Karl durchgehalten hätte, aber ich bin an und für sich schon, würde ich sagen, ein sehr romantischer Mensch und finde das irgendwie sehr schön, auch zu sagen, man schaut sich um und man entscheidet sich. Ich finde das gut. Ich bin sehr spontan. Ich bin ein sehr spontaner Mensch und bei mir ist, sehr viele Dinge sind sehr durchgeplant, dann ändert sich aber irgendwie beruflich schnell nochmal was und dann ist man hier und da unterwegs und das erfordert auch eine gewisse Spontanität. Und das Schöne ist, wenn du Leute um dich herum hast, die das auch schon ein bisschen kennen, also wo du spontan sagen kannst, hey, ich bin in dieser Stadt, plötzlich bist du auch gerade da und dann triffst du unverhofft eigentlich immer wieder ganz tolle Leute und musst dir auch offen bleiben, weil du immer wieder in diesem Beruf auch ganz viele neue Leute kennenlernst und immer wieder auf neuen Sets unterwegs bist. Und deswegen ist eine Spontanität und Flexibilität schon auch wichtig, mir auch persönlich, aber genauso wichtig ist mir auch die Stabilität. Also wo bin ich zu Hause, was ist meine Base, wer sind meine Leute, die immer da sind, die konstant sind, also eine Konstante, gerade wenn man viel unterwegs ist. Ich war ja zum ersten Mal länger in Österreich und hab ihn auch ein bisschen kennengelernt und hab mich total in die Stadt verliebt und dachte mir, dass viele Dinge sehr ähnlich sind tatsächlich von den Schweizern zu den Österreichern. Gerade irgendwie so von der Sprachvielfalt oder von den eigenen Wörtern, die es gibt. Und das mochte ich tatsächlich sehr. Ich habe meinen Alltag dort gelebt. Das heißt, das ist ja genau wieder das. Ich habe dann meinen Kaffee, aber das finde ich besonders, weil da nicht so viel los ist und weil ich es dort genieße. Und es war eher so, würde ich sagen, dass das von meinen Kollegen, also jetzt auch nicht von allen, weil da viele auch aus Österreich jetzt so kamen, aber dass von denen eher ausging, so was kann man denn hier machen? Wo kann man hin? Wir waren viel beim Prater, weil dort das Hotel auch von den meisten war. Und ich habe eher Wien wieder kennenlernen dürfen über die Neugier von den anderen. Ich glaube, der Prater war so für mich, auch wenn es jetzt nach einem wahnsinnigen Klischee klingt, der Tourist geht das erst, einfach hängt es die ganze Zeit auf dem Prater. Diese grüne Brücke finde ich wirklich irre. Und dann finde ich es wirklich, was ich ganz toll finde, ist es auch im Film, wenn er unten an der U-Bahn vorbeigeht, in der Nacht. Das erinnert mich immer an New York. Diese U-Bahn, dieser mit den Gittern und so. Die Wiener Küche, ich meine, das ist nochmal ein anderes Thema. Oder ich weiß nicht, ob es nur die Wiener Küche ist oder einfach österreichische Küche, so wirtschaftliche wie so. Zum Beispiel Altwiener Backfleisch habe ich zum ersten Mal gegessen. Danach war ich so, ja, Schnitzel ist Hammer, aber wenn du Altwiener Backfleisch haben kannst, bin ich eigentlich nur noch Altwiener Backfleisch. Zum ersten Mal Blutwurst dort gegessen, das kannte ich noch gar nicht. Und so Schinkenfleckerl und so diese ganzen, das war einfach extrem lecker. Ich glaube für Leute, die das erste Mal nach Wien kommen, ist diese Stadt ein Irrsinn, weil sie diesen wunderschönen Stadtkern hat und Bauten, die Wahnsinn sind. Und ich habe zum Beispiel viel, viel später erst gemerkt, dass wenn ab dem dritten Stock wird, Wien erst richtig schön. Ich habe mich tatsächlich jeden Tag gefreut und ich hatte wirklich das Glück, mit der Kirstin Wille, die die Produzentin ist, tolle Cast-Vorschläge zu bekommen. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Besetzerin, die Alexander Kognath, die mir die Maeve, Metelka, da meinte sie, ja da ist so ein Mädchen, die ist Anna Ernst Busch, guck dir die doch mal an. Und dann habe ich den Namen gegoogelt und habe so ein About Me gefunden. Und dann war sie das wahrgewordene Gesicht meiner Vorstellung, so wie ich sie in meiner Fantasie, als ich das Buch bearbeitet habe, immer gesehen habe. Deswegen war sie für mich schon besetzt, obwohl ich sie noch überhaupt nicht kennengelernt hatte zu dem Zeitpunkt. Und Christa Stadler habe ich auf dem Showreel gesehen und habe mich auch sofort verliebt in sie und war ihr irre dankbar, dass sie zu mir gesagt hat, ja das ist das Drehbuch ihres Lebens. Das ist, das ist, das muss sie spielen. Und dann, also da freut man sich als Regisseurin natürlich wahnsinnig, weil das ist ein, also ich meine, das ist ein krasses Kompliment. Das war irre. Und alleine, also mit Christa Stadler hatte ich ja keine Szene, aber es war total schön, weil ich hier begegnet bin und die einfach eine Ausstrahlung hat. Das ist ein Wahnsinn. Und du merkst auch einfach, okay, da steht gerade eine sehr besondere Dame einfach im Raum. Und, aber auch sowas von, auf der anderen Seite, die total nett waren. Ich habe mich dann auch vorgestellt und irgendwie kannte sie mich noch als Kind und so. Und das war alles, also das, da bin ich sehr dankbar einfach für diese ganzen, für diese ganzen Kollegen, die ich da kennenlernen durfte. Das ist extrem dankbar gleichzeitig, aber es ist hart, weil du bist natürlich als Hauptdarsteller, kannst du nicht so ganz aus den Vollen schöpfen, je nach Figur, wie natürlich das die Nebenfiguren, die teilweise auch ein bisschen überzeichneter sein dürfen und nicht dürfen, ein bisschen mehr auf die Kacke hauen. Und das ist natürlich denen dann zuzuschauen, wie sie halt rumalbern kann. Richtig Blödsinn, da bist du manchmal so, musst du schauen, dass du halt in deiner Rolle bleibst und nicht auch so zu doll quasi ausschweifst. Und das ist quasi das Harte und trotzdem war es wahnsinnig toll, weil alle einfach extrem respektvoll mit mir umgegangen sind. Und wenn natürlich lauter gute Spielerinnen und Spieler um dich rum hast, das definiert dich ja auch dann als Spieler. Es war das erste Mal drin sein sehr schräg, weil es auch wieder, du kommst rein und es hat diese, es hat dieses alte Holz und diesen roten Samt und man fühlt sich dort sehr schnell wohl, finde ich. Also ich habe mich sehr schnell wohl gefühlt, weil einfach, man fühlt sich natürlich auch ein bisschen wie eine Königin. Also finde ich, man kommt da rein und ich glaube, deswegen mögen es die Gäste auch dort so, weil es hat schon was sehr, es hat schon was sehr Majestätisches, dass man da überhaupt reingeht, dass man da an diesem Platz dort hat, dass man sich dann hinsetzt und dort einen Kuchen genießt, also auch diesen Moment genießen. Das ist einfach der Unterschied zu einem schnellen Café auf der Straße. Also ehrlich gesagt, finde ich es toll, wie dieses Familienunternehmen Sacha funktioniert, also die ganze Familie Winkler und so, wie die für Exzellenz stehen und einfach wirklich versuchen, ein Familienhotel zu betreiben und dass wirklich auch da alle Familie sind, also auch die alle Angestellten und wie sie ihre, dass die Sacha-Torte, die ist ja wirklich handgemacht, die kommt ja tatsächlich nicht vom Fließband. Also das schon und das über Jahre in so einer Welt, wie sie jetzt ist, durchzuhalten, ist schon beachtlich. Also die Mitte 20, so diese Generation und die würde vielleicht wahrscheinlich eher nicht ins Café Sacha gehen, aber wenn die eben so einen Film sehen, dass sie sagen, na cool, cooler Film, das machen wir jetzt auch, lass uns mal einen Städtetrip durch Wien machen und da gehört jetzt eben auch ein Stück Torte dazu, nämlich die Original-Sache. Den Gedanken fand ich irgendwie ganz schön, die Tradition wieder neu zu beleben. Ich finde diesen Film so leicht, leicht und harmlos und das habe ich schon, das habe ich selten gesehen. So einfach ist das.